Der Bern-Matte-Park liegt mitten in Münsingen, eingebettet im wunderschönen Aretal und bietet betreutes Wohnen für jedes Alter. Die 38 hellen Mietwohnungen und die drei Ferienwohnungen sind mit kompletter Infrastruktur nach modernem Standard ausgestattet. Ja, ja, Kuchen! Ihre Eigenständigkeit ist uns wichtig. Sie können ihren Haushalt selbstständig führen und ihre Unabhängigkeit geniessen. Im Zentrum steht der Mensch als Individuum, sei es als Bewohnerin oder Bewohner, als Angehörige oder als Mitarbeitende. So bieten wir maximale Selbstständigkeit mit maßgeschneiderten Dienstleistungen nach Bedarf. Sie können jederzeit auf unsere Angebote wie Mittagessen, pflegerische Betreuung, Wäschedienst und vieles mehr zurückgreifen. Die Dienstleistungen werden an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst. Ja, das ist eh möglich. Eigene Anlässe und das vielfältige Angebot der Gemeinde stehen ihnen jederzeit zur Verfügung. Das umgebaute Bauernhaus dient als öffentliches Restaurant und Begegnungsort für Bewohnerinnen und Bewohner. Unsere Küche legt Wert auf frische Produkte aus der Region. Dann gehen wir in den Warmbereich. Dann kommen wir das Aargauer-Tatschli, ein Schweinsfilet, Fleischkäse mit ein wenig Schenk und Käse, Risotto, Brandweichknotte ... Dank der zentralen Lage sind die Einkaufsmöglichkeiten gleich um die Ecke zu Fuss erreichbar. Der Ortsbus hält direkt vor dem Haus. Sie sind herzlich willkommen und wir zeigen Ihnen gerne persönlich den Bern-Matte-Park. Sie sind herzlich willkommen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ... ... Vielen Dank.